Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, in unserem Deutschkurs A2-B2 in Kapitel 11-22 Üben wir die Komparation, den Komparativ und die Proportionalität. Wir sind in der Übung 13 mit der mündlichen Lösung zu Übung 12. Drücken Sie bitte in Vergleichsätzen die Proportionalität aus. Bilden Sie Sätze mit je desto oder je umso. Also, achten Sie dabei auf die Stellung der Satzglieder. Nummer 1, hier die Lösung. Je dichter der Verkehr ist, desto größer ist die Gefahr eines Staus. Nummer 2, je schwerer der Unfall ist, desto länger dauert die Sperrung der Straße. Nummer 3, je mehr Zeit das Warten im Stau kostet, desto ungeduldiger werden die Autofahrer. Nummer 4, je enger die Straße ist, desto schwieriger kommen die Rettungskräfte durch. Und Nummer 5, je später der Notarzt kommt, desto gefährlicher ist es für den Verletzten. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Übung.